Es ist eh bald aus, das reine Christophersen-Dings. Mir gefällt, aber was soll ich machen? Von den Beatles der John Lennon wollte der Schaust in Frieden geben mit seinem Lied, das wir alle kennen und prompt tot seinem Kuss des Lemoyer. Weil der Mensch nicht reif ist für eine lebende Idee. Ein Musiker mit Hirn fragt, wo ist, soll ich das füllen? Herrgott, sie haben einen Mund gebracht. Und hast schon merkt, der Bob Marley, der war ziemlich ähnlich drauf. So ein gestandener Rasterfahring, brauch auch keinen Krieg, der pfeiftet drauf. Und zwei Tage fuhr ein Kick, da hätte es keiner schief gehen. Da haben sie zwei Deppet probiert und fast war es passiert. Herrgott, fast hätten sie ihn umgebracht. Egal ob Marley oder Lenno oder auch noch, nehm wie du und ich. Wollten für die Leute das nicht einmal kennen, einfach so den Schädel hin. Oh je, oh je, wenn der G'scheite noch gibt, sind die Deppen in der Hand. Und das darf nicht passieren, da muss man halt was riskieren. Herrgott, dann wär man halt umgebracht. Ewigleben spielt sowieso nicht, und es sind auch schon keinser gestohlen. Alles was man macht, es hilft ja da nicht. Am Schluss muss jeder in die Gruppe, oh je. Aber bleibt nur eins, man macht es sich vorher schön. Bei uns passiert's daneben, dass man sagt, am Ende vom Leben. Herrgott, es hat mich umgebracht. Mein Gott, they killed him.